Was kommt da fliegen, ihr leid? Die machen das. Aber ein paar Jahre später, Anfang der 90er, war nichts mehr. Da gab es doch den Berg. Da war das Muster ausgelaufen. Das ist ja so ein dünnes Porzellan. Ja, das ist ja auch empfindlich. Herr Gede, wie war das noch mit dem Gedicht zum ersten Advent? Advent, Advent. Ein Lichterbrenz. Erst eins. Zwei, drei, vier, dann steht das Christoph vor der Tür. Das kann ich ja nicht mal. Das kann ich ja nicht mal. Da haben Sie wieder was gelernt, Herr Kleinke. Haben Sie wieder was gelernt. Ja. Rauchst du auch? Ja. Hast du aber eine Zigarette verweht? Ich glaube, ich habe gehofft, dass du mir eine gibst. Ich habe keine hier. Ja. Die... Fragen wir mal. Die Frau Braun. Ja. Die Frau Braun. Die hat Zigaretten. Was hast du denn von Geld? Die Frau Braun. Die hat Zigaretten. Und du hast Rauch? Ja. Herr Gede, wir beide gehen nach vorne. Ja. Wir gehen jetzt nach vorne, da sind Zigaretten. Ja. Ne, dann gehen wir jetzt hin. Geht's los. Ja. Und der Kleine kann schon von... David, der...